In der Färberstraße in Bad Füsslau fand kürzlich der Spatenstich für ein besonderes Wohnbauprojekt statt. Unter dem Titel Färberhoch 2 wurde die Wohnhausanlage mit 40 Wohnungen vorgestellt, eingebettet in ein Umfeld aus intakter Natur und bester Infrastruktur. In einer ruhigen und vor allem grünen Wohnumgebung in Bad Füsslau fand kürzlich der Spatenstich für ein bestens konzipiertes, attraktives Bauprojekt statt, das einen wichtigen Impuls und Motor für die heimische Wirtschaft darstellt. In einer sehr kurzen Bauzeit von rund 18 Monaten entstehen 40 Eigentumswohnungen mit je 2 bis 4 Zimmern und Wohnungsgrößen ab rund 50 Quadratmeter. Die charmante Kurstadt Bad Füsslau wurde von der NOE Immobilien Development GmbH bewusst ausgewählt, weil Bad Füsslau eine Stadt mit einer intakten Infrastruktur ist. Es werden hier 40 Wohnungen entstehen. Grundsätzlich die Lage, die tolle Infrastruktur, die Anbindung an die Bahn, an die Südbahn, an die Autobahn, aber vor allem an die schöne Stadt, an den Naherholungsbereich und eine Wohnungsqualität, die wir hier produzieren dürfen, die Menschen sicher sehr schätzen werden. Alles ist fußläufig erreichbar. Man kann das Auto bequem in der Tiefgarage des Projekts parken und für zahlreiche Wege öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Mit knapp 14.000 Einwohnern ist Bad Füsslau groß genug, um alle Vorzüge einer Stadt zu bieten. Und das nur rund 35 Kilometer südlich von Wien. 40 moderne und top ausgestattete Wohnungen entstehen, die sowohl für Singlesfamilien als auch für ältere Menschen geeignet sind. Einfach jede Generation findet in diesen hochwertigen Wohnungen ein ansprechendes Zuhause. Mit Größen zwischen 50 und 96 Quadratmetern bieten die 2 bis 4 Zimmerwohnungen den perfekten Raum zum Wohlfühlen. Die Wohnhausanlage in der beliebten Wohngegend ist bestens konzipiert und hochwertig ausgestattet. Jedes Topf verfügt über eine private Freifläche. Bad Füsslau ist bekannt für sein malerisches Thermalbad und das berühmte Füsslauer Mineralwasser. Bad Füsslau ist lebens- und liebenswert. Wir haben ca. 14.000 Einwohner und grenzen hinten an den Wienerwald. Wir haben sehr viele Haariken, unser Füsslauer Bad. Also man kann durchaus sagen, die Lebensqualität ist sehr hoch und natürlich die Anbindung, die öffentlichen Verkehrsmitteln ist natürlich etwas ganz Besonderes. Dieses neue Bauprojekt entsteht in einer gefragten, ruhigen Wohngegend, die eine Kombination aus Wohnen im Grünen und den Vorzügen einer Stadt wie optimale Infrastruktur auszeichnet. Schulen, Kindergärten, der Bahnhof und das Ortszentrum sind nur wenige Gehminuten entfernt. Einkäufe des täglichen Bedarfs kann man zu Fuß oder mit dem Fahrrad tätigen. Zahlreiche namhafte Supermarktketten sind innerhalb weniger Minuten erreichbar. Von der Autobahn ist man in fünf Minuten im Ortszentrum. Das Bauprojekt ist in eine beliebte Wohngegend eingebettet, wo in unmittelbarer Nähe bereits eine Reihenhausanlage und ein anderes Wohnprojekt realisiert wurden. Bad Füsslau bietet zahlreiche Möglichkeiten für eine aktive Freizeitgestaltung oder zur Erholung. Besonders der Weinbau steht im Fokus. Heurige und Winzer in der Kurstadt sowie der Umgebung sind beliebte Treffpunkte, bei denen Geselligkeit und Genuss Tradition haben. Die Fertigstellung des Projekts ist für Ende 2025 vorgesehen. Und wir sind uns sicher, dass die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner in der Thermalstadt herzlich willkommen geheißen werden.